Willkommen bei Paraspotting. Das ist der Startplatz vom Mittag, der Nordstartplatz. Er befindet sich hier, wie man sehen kann, direkt neben der Bergstation des Sesselliftes, mit dem man hier mit etwas Geduld, eine gute halbe Stunde braucht es schon, bis man beide Abschnitte überwunden hat, mit etwas Geduld hier heraufkommt. Dafür ist man dann direkt gleich hier am Startplatz. Früher gab es hier noch einen Schlepplift nebenan. Heute dient die Stütze nur noch dazu, um den Windsack zu tragen und eine Holfui Windstation. Und damals musste man hier etwas weiter unterhalb starten. Heute starten die meisten hier direkt auf diesem Wiesnstück hinaus. Die Ausrichtung ist Richtung Nordosten. Hier noch ein Schwenk nach Südwesten. Da sieht man Sonthofen und noch ein bisschen weiter südlich Oberstdorf mit dem beliebten Flugberg Nebelhorn. Ja, wie gesagt, das hier ist so der Hauptstartplatz, nordöstlich ausgerichtet. Direkt oberhalb befindet sich das Plateau. Und da kann man auch starten. Das darf man allerdings nur, wenn man eine Überlandberechtigung, sprich eine B-Schein-Lizenz hat. Und das sieht dann so aus. Man kann hier auf diesem schönen Schotterplatz auslegen, aufziehen, beschleunigen und spätestens hier, wo es steiler wird, kommt man dann vermutlich in die Luft. Und unbedingt darauf achten, dass nichts im gleichen Zeitpunkt hier weiter unten am üblichen Startplatz jemand aufzieht. Hier an der Bergstation kann man sich nicht nur vor dem Flug noch stärken. Man hat auch einen wunderschönen Überblick über das Startgelände, oben das Plateau und unmittelbar darunter der Hauptstartplatz nach Nord- bzw. Nordost. Und man sieht hinunter zum Landeplatz bei Ettelsberg, der hier unten sich auf seinem kleinen Plateau noch etwas über dem Talgrund befindet. Auf dem Weg zum Landeplatz, den man rechtzeitig anfliegen sollte, findet man oft entsprechend der Jahreszeit und der Thermiklage natürlich recht gute Thermiken. Oder man kann hier auch sehr schön im Talwind soren, der mittags, nachmittags an guten Tagen hier immer von Norden herein strömt. Und ja, für Thermikflüge oft recht gut geeignet, für Streckenflüge ist der Mittag mit Sicherheit nicht der beste Ausgangspunkt. Kleinere bis mittlere Strecken werden aber auch von hier gerne geflogen. Zum Beispiel hier das Illertal Richtung Süden, Richtung Oberstdorf oder weiter Richtung Westen entlang der Nagelflugkette zum Beispiel. Oder ganz gerne wird ja auch die Querung hinüber genommen zum Gründen. Dafür sollte man aber definitiv mit genug Höhe von hier losstarten und auch auf den Segelflugplatz, der in der Mitte des Tales liegt, achten. Den hoch genug überfliegen oder umfliegen. Weitere Infos zum ganzen Fluggebiet findet man zum Beispiel auf der Webseite des lokalen Clubs gleitschirmflieger.de. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.